Willst du mal wissen, was ich mir manchmal denke, wenn ich Videos anschaue von Menschen, die Karten gestalten? Ja? Okay, gut, dann lauscher ich hingespitzt. Ich denke mir manchmal, das, was die da machen, das schaut so verflucht einfach und gleichzeitig aber grenzgenial aus, dass das bestimmt total schwierig gewesen sein muss, das hinzukriegen und dass das nur in dem Video auf YouTube, was ja bearbeitet und geschnitten ist, so einfach aussieht. Und das ist auch eine Aussage, die ich sehr häufig unter Videos auf meinem Kanal hier lese, dass ihr schreibt, Luise, das schaut bei dir immer alles so einfach aus. Was du da machst, das geht dir total leicht von der Hand und hinterher schaut das gut aus, das schaut so einfach aus. Und jetzt habe ich mal versucht, mir zu überlegen, breche ich mir eigentlich selber dann da einen ab, wenn ihr das schreibt? Oder war das wirklich leicht? Oder was geht denn da eigentlich ab? Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen heute dieses Set, bestehend aus vier Karten, aus insgesamt zwei Stücken Papieren, wobei es aber eigentlich nur ein Stück Papier ist, denn das zweite Stück ist die Mattung für die Karten. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mir jetzt selber hier das Leben so einfach wie möglich machen und wirklich die simpelsten Dinge tun, um später festzustellen, ist das jetzt wirklich so, wenn ich was ganz Einfaches mache, wirkt das dann auch einfach und schaut es aber trotzdem dann grenzgenial hinterher aus oder was ist da los? Und dafür brauche ich natürlich eure Mithilfe, denn wenn ich diese einfachen Techniken jetzt hier mache, möchte ich bitte von euch wissen, schaut das geil aus? Und schaut ihr das einfach aus, was ich hier mache? Oder wie empfindet ihr das? Ich brauche euer Feedback, um das selber einschätzen zu können, wie das ist, ja? Aber ich verspreche euch, ich mache hier die simpelsten Dinge, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir starten hier mit einem Blatt Mixed Media Heavy Stock. Das ist ein Papier, was nasse Medien, sehr viele nasse Medien, sehr gut handeln kann. Also wenn du da sehr viel Flüssigkeit drauf machst, ist das für dieses Papier überhaupt kein Problem. Du könntest alternativ ein Aquarellpapier nehmen oder etwas anderes, was gut mit nassen Medien klarkommt. Wenn du sowas nicht hast, kannst du auch nehmen, was du hast und dein Papier später einfach bügeln. Das geht auch, dann ist es auch wieder glatt. Ich habe jetzt hier angefangen, mir eine Schablone zu nehmen und eine einfache, wenn auch für mich unübliche Technik zu machen. Aber das geht trotzdem ganz einfach, ja? Auch wenn ihr das, was ich jetzt hier tue, vielleicht noch nicht so oft bei mir gesehen habt oder vielleicht auch noch nicht so oft bei anderen Leuten gesehen habt. Denn was tue ich hier? Und es hat einen Grund, dass ich das so mache. Ich habe eine Schablone genommen. Diese ist von Stampus Anonymous und Tim Holz und habe eine Archival Ink genommen. Das ist eine wasserfeste Tinte. Die habe ich dann auf die Schablone drauf gemacht, also die Schablone eingetintet mit dieser Tinte. Und dann nehme ich mir so ein Blending-Tool, das ist so ein Kosmetikbürstchen. Das ist das gleiche Tool, wie ich auch verwenden würde, wenn ich jetzt Distress Ink oder Distress Oxide Ink verwenden würde. Also natürlich nicht dasselbe, ja? Also ein sauberes, aber das gleiche. So, ja, ihr versteht, was ich meine. Und damit bringe ich jetzt die Tinte, die sich auf der Schablone befindet, in das Muster der Schablone. Dadurch entsteht zum einen ein ganz leichter Hintergrund, den du selbstverständlich mit Distress Ink oder Oxide Ink auch hinbekommen könntest oder mit einer anderen wasserlöslichen Tinte. Zum anderen passiert hier aber auch, und ich finde, das passiert bei der Archival Ink stärker als bei den anderen, dass um das Muster der Schablone wie so eine Outline kommt, wie so eine Umrandung, weil sich die Tinte durch dieses Rumbürsten so an die Ränder des Musters setzt. Und das finde ich persönlich sehr interessant. Wie gesagt, das kriegt man mit anderen Tinten sicherlich auch hin. Der Hauptgrund, warum ich das hier gemacht habe, war, zum einen wollte ich das ausprobieren, ob das überhaupt geht. Ich habe diese Archival Ink Pads, diese großen, noch nicht so lange, habe ich mir jetzt mal neu gekauft und wollte mal verschiedene Experimente damit starten und ausprobieren, was abgeht, ja? So verschiedene Erfahrungen auch damit sammeln. Und der Hauptgrund ist aber der, dass ich einen wasserfesten Hintergrund erschaffen möchte, weil ich später noch mit Oxide-Sprays arbeiten möchte und ich möchte mir den Hintergrund, den ich gemacht habe, nicht wieder anlösen durch die nächsten flüssigen Medien, die hier kommen. Dann nehme ich mir diese Schablone hier nochmal und den Stempel, den ihr da gerade gesehen habt, der heißt Hodgepodge und das ist ein einziger Stempel, riesengroß, mit einer Collage drauf. Man kann selbstverständlich auch mehrere kleinere Stempel nehmen und mehrfach stempeln. Ihr werdet sehen, mir gelingt das hier jetzt gleich auf Anhieb nicht ganz so gut. Das ist zum, um genau zu sein, zum ersten Mal mache ich das hier so, das war kein Satz, aber schon verstanden. Ich habe das vorher noch nie ausprobiert, das war in diesem Video das erste Mal, dass ich das gemacht habe oder beziehungsweise für dieses Video, habe ich bewusst so gemacht, um eben erforschen zu können, ist es wirklich so leicht oder schaut es in einem Video nur so leicht aus? Denn bedenkt bitte, wenn ihr Videos auf YouTube seht, dann kann es auch passieren, dass derjenige das 413.000 Mal geübt hat und dann beim nächsten Versuch klappt es und den Versuch hat er dann aufgezeichnet und dann schaut es aus, als wenn es easy peasy perfekt auf Anhieb klappen würde. Dass das manchmal nicht so ist, seht ihr jetzt gleich hier. Ich habe mir hier Gedanken gemacht, wie ich das machen will. Zum Beispiel hier Tinte von meinem Stempel runtergenommen, damit der Abdruck nicht zu stark wird und trotzdem gelingt es mir hier nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach die Realität ist. Egal, ob wir Karten machen oder ob wir eine Junk-Journal-Seite gestalten, wurscht was. Bei einem Junk-Journal finde ich es noch viel extremer, weil da hat man oftmals sehr viele verschiedene Papiersorten, demnach verschiedene Untergründe und demnach funktionieren verschiedene Techniken eben auch unterschiedlich gut oder schlecht. Das Ziel hier ist es, nur auf das Muster der Schablone, also das ist nicht gutes Deutsch, Luise, nur auf das schablonierte Muster diesen Stempelabdruck von diesem Collagen-Stempel dazukriegen, von diesem Hotschpotsch. Sodass es dann so aussieht, als hätte man mit dem Gestempelten schabloniert, was natürlich selbstverständlich nur in zwei Schritten geht. Wie ihr seht, sind da zwar so Fragmente jetzt gekommen, aber ganz ehrlich, das schaut ein bisschen shitty aus. Aber erst mal gedacht, was mache ich jetzt? Im Nachhinein betrachtet, also wie du merkst, ich mache ein Voice-Over über dieses Video. Also ich spreche jetzt hier gerade, während ich mein eigenes Video angucke, was ich vorher schon aufgenommen habe. Das ist auch schon ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Ich habe jetzt schon einen kleinen Abstand dazu gewonnen und kann das leichter reflektieren. Während ich das aufgenommen habe, habe ich aber nicht gesprochen, sondern nur mit mir selbst gesprochen und überlegt, was ich tue. Und jetzt spreche ich eben den Ton darüber. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, merke ich, dass ich in dem Moment gedacht habe, boah Mist, das schaut überhaupt nicht so aus, wie ich mir das gedacht hatte. Und warum nicht? Weil ich eine Vorstellung in meinem Kopf hatte, wie es aussehen soll. Und ich glaube, das ist ganz häufig eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen Teufelskreis, weil das wäre vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, ja. Aber so ein Mini-Teufelskreis ist das schon, so ein Teufelskreischen vielleicht. Weil wenn du etwas irgendwo siehst und du möchtest das nachmachen, dann hast du ja eine Vorstellung im Kopf, wie es werden soll. Auf die Kommentare unter meinen Videos bezogen, bedeutet das, du siehst etwas in einem meiner Videos und vor deinem inneren Auge hast du das Bild, was ich in dem Video gemacht habe. Und du möchtest das vielleicht genauso mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln umsetzen. Was passiert denn dann? Du nimmst die Dinge, die du hast, das sind unter Umständen nicht haargenau die gleichen Sachen, die ich hier habe. An deinem Körper sind auch nicht meine Hände angewachsen, in deinem Kopf ist nicht mein Gehirn, also funktioniert das auch schon mal komplett anders. Ja, so, du hast auch andere Dinge schon vorher ausprobiert, als die, die ich ausprobiert habe. Du hast einen ganz anderen Erfahrungsschatz als ich. Und dadurch sieht es vielleicht nicht so aus, wie das, was ich gemacht habe. Und dann denkst du dir so, oh Mensch, nochmal, das ist jetzt gar nicht so gut gelungen. Aber gut gelungen interpretierst du auf den Vergleich mit mir. Und das geht mir oftmals mit anderen Leuten auch so, ja. Und ich glaube, das ist wirklich gefährlich. Denn das, was ich da jetzt habe, um ehrlich zu sein, hat mir so medium gut gefallen. Später, in dem kompletten Gesamtzusammenhang, fand ich es absolut genial und finde ich es immer noch. Das schaut so cool aus, aber ich konnte mir das da noch nicht so richtig vorstellen. Was habe ich getan? Und das ist ein Riesentipp. Das sagen immer alle und das klingt so einfach. Und wisst ihr, manchmal ist das so, wenn man sagt, ja, du musst jetzt das und das machen, dann geht das ganz easy peasy. Das ist manchmal so schwer in der Realität umzusetzen. Aber das ist so, mach weiter. Egal, ob dir das gefällt oder nicht, mach weiter. Und genau das habe ich hier auch getan. Denk dir nicht, oh Kacki, das wie hier nichts, sondern hier immer positiv denken und so weiter, dann wird auch alles gut, das ist so. Aber mach weiter, das ist essentiell wichtig. Das klingt so blöd, aber das ist einfach so. Was habe ich jetzt hier getan? Ich habe nur kurz auf die Verpackung geguckt von diesem Papier, weil das ist ja alles da in Inch angegeben. Und habe mal kurz überschlagen, wie viel die Hälfte da ist. Deswegen habe ich mir jetzt da die Magneten so hingemacht. Mir fehlt der vierte Magnet von meiner Stempelplattform. Frag bitte nicht, wo der hin ist. Der ist im Nirwana verschwunden. Deswegen habe ich nur noch drei. Aber ich habe mich jetzt orientiert, sodass ich diesen nächsten Stempel, diesen Blumenstempel hier, wie heißt jetzt der wieder? Floristry. Ihr habt den Namen da gerade gesehen. Ich glaube, das ist der Name von dem Set. Ich komme noch immer ein bisschen durcheinander, weil für mich, während ich das hier aufnehme, sind die Sets noch alle niegelnagelneu und habe die gerade bekommen, habe noch nicht alle Namen im Kopf. Entschuldigt bitte. Den habe ich jetzt aber jedenfalls in der Mitte von diesem Blatt Papier platziert und mir vorgestellt, jeweils ein Viertel von diesem Stempel kommt dann auf jeweils eine Karte. Ja, so. Also das Simpelste, was man sich überhaupt nur denken kann. Wir stempeln genau in die Mitte von dem Papier, sodass wir das später zweimal durchschneiden können. Einmal vertikal und einmal horizontal, sodass dann jede Karte von den Vieren ein Viertel Stempelabdruck hat. So habe ich gedacht, das muss doch gehen, oder? So. Vorausgesetzt natürlich, der Stempel ist groß genug. Wenn du nur kleinere Stempel hast, könntest du natürlich jetzt auch das anders machen und mehrere Stempelabdrücke aneinandersetzen in der Mitte vom Papier, würde auch gehen. Jetzt habe ich mir hier verschiedene Oxide Sprays ausgewählt und auch das, was ich jetzt hier mache, habe ich, soweit mich mein Gehirn nicht im Stich lässt, so noch nie gemacht. Ich versuche eine Watercolor, also so eine Aquarelltechnik hier zu machen mit den Oxide Sprays. Ihr seht, ich habe ganz verschiedene Farben auf meine Matte gesprüht, recht durcheinander. Immer so ungefähr drei Sprühstöße pro Farbe. Kannst du nehmen, was du willst. Kannst du auch mit Spraystain machen oder mit irgendwas anderem zum Sprühen. Ich denke mal, mit so Acrylsprays müsste das bestimmt auch gehen. Habe ich nicht, vermute aber, dass das geht. Kannst du mal ausprobieren. Und die Stempelplattform bietet hier in dem Fall die Möglichkeit, dass ich diesen Deckel abnehmen kann, sodass ich das da vernünftig eintinten kann, dass ich nicht auf den Stempel selbst sprühen muss, weil das würde die totale Katastrophe geben, weil ich würde da voll aufs Papier sprühen und außerdem würde auch zu viel Spray an den Stempel kommen. Das würde sich ja alles in diese Ritzen reinsetzen und das würde mit Sicherheit nicht funktionieren. So habe ich jetzt hier einen recht abstrakten, wie mit Wasserfarbe gemalten Stempelabdruck und gleichzeitig diesen coolen Oxide-Effekt. Hier versuche ich nicht in etwa, das Papier mit der Kraft meiner Gedanken zu zerspalten. Nein, nein. Ich habe nur meine Hände da so hingehalten. Ich wollte jetzt gerade hier so ein Geräusch machen, so. Hat nicht funktioniert. Ist nicht gespalten. War auch nicht der Sinn, Leute. Ich habe meine Hand da hingehalten oder meine Hände da hingehalten, um zu sehen, wo das Viertel von dem Papier ist und wie viel da so drauf dann sein wird von dem Stempelabdruck, um das visualisieren zu können. Damit ich die Spritzerchen, die hier natürlich nicht fehlen dürfen, weil ich bin Luise Heinzel, ich mache immer Spritzer auf meine Sachen. Damit die die gleiche Farbe haben oder sagen wir mal, das stimmt ja jetzt auch nicht, Luise. Das ist ja so ein Dreck jetzt rechts auf meiner Matte, ja. Das ist teilweise noch in die einzelnen Farben gespalten, aber durch das Reinpressen des Stempels ist das schon ziemlich schmutzig eigentlich geworden. Aber die Spritzer, die durch diesen Mix da entstehen, passen natürlich perfekt zu dem Stempelabdruck. Also machen wir uns wieder das Leben ein bisschen einfach und wischen das nicht auf oder tun das nicht auf irgendeinem Schmierpapier, um das aufzubewahren und später als Collage-Fotter zu benutzen. Nein, nein, wir nehmen unseren Pinsel und nehmen dieses Mix Max und machen unser Spritzer drauf. Dann haben wir nämlich da schon gleich nochmal was, was den Stempelabdruck mit dem Hintergrund so ein bisschen verbindet. Und schaut euch das jetzt bitte mal an und legt mal euren Fokus jetzt auf den Schritt davor mit der Schablone und dem Durchgestempelten durch die Schablone. Das schaut doch jetzt komplett anders aus, oder? Und ich war so überrascht, wie das jetzt ausgesehen hat in diesem Zusammenhang, obwohl da noch nichts zerschnitten und noch nichts fertig und gar nichts ist, ja. Also hier ist es jetzt zerschnitten, nicht durch die Kraft meiner Gedanken, sondern mit einer Schneidemaschine durchgeschnitten und in diesem Fall im Video ein Schnitt, damit ihr mir nicht beim Schneiden mit meiner Schneidemaschine zugucken müsst. So, jetzt habe ich mir gedacht, wie kriegen wir jetzt hier möglichst easy peasy, was richtig Geiles noch auf diese Karte und ein bisschen Textur. Bisschen was, was auch noch mit einer anderen Farbe und anderen Medien gemacht ist, sodass das Ganze interessant wird. Aber, wir machen uns das Leben so einfach wie möglich, haben wir gesagt, also nehmen wir den gleichen Stempel. Es ist haargenau der gleiche Stempel wie vorher. Und da habe ich jetzt Embossing-Tinte genommen aus dem Dabber, der steht da oben, das ist so ein kleines Fäschchen mit so einem Filz oben drauf, wo du den Stempel so eintinten kannst. Du kannst natürlich auch einen Embossing-Stempel-Kissen nehmen oder, wenn du sowas nicht hast, könntest du jetzt auch natürlich mit Distress Ink oder Oxide Ink oder Archival Ink oder sogar mit Wasser embossen. Alles, was klebrig ist, wo dein Embossing-Pulver dran klebt, funktioniert, hat natürlich teilweise unterschiedliche Effekte. Wenn du mit Wasser den Stempel einsprühst, kannst du dir vorstellen, dass das wesentlich abstrakter wird, als wenn du das zum Beispiel mit Embossing-Tinte oder einer farbigen Ink machen würdest. Und da habe ich mir jetzt überlegt, wo stempel ich das hin? Ich habe eine große Portion, etwas mehr als ein Viertel, wobei das auch nicht bei jeder Karte gleich geworden ist, weil ich so ein bisschen Variation da reinbringen wollte, da in die gegenüberliegende Ecke gestempelt. Also ich habe mir gedacht, da ist viel Platz, so stempeln wir das doch, da mal hin und gucken mal, wie das aussieht. Und um das Ganze zu verbinden und noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen filigraner wirken zu lassen, weil dieser Stempel ist sehr filigran, der hat sehr viele Details, der ist sehr, sehr, sehr detailliert. Ich finde gerade nicht das richtige Wort. Ich wollte nicht, dass da so ein bisschen Gold da unten nur ist. Also was heißt bisschen? Ich wollte nicht, dass das die einzige Stelle Gold ist durch dieses Emboste, sondern so Kleinteile nochmal da sind, wo der andere Stempelabdruck ist, sodass das miteinander verbunden, Entschuldigung, verbunden wird optisch. Und dieser Stempel ist natürlich auch sehr gut geeignet, um so Fragmente zu stempeln. Du könntest das auch natürlich mit vielleicht so einzelnen Blumenstempeln oder sowas hast oder sind vielleicht so Blättchen oder sowas dabei. Damit könntest du das natürlich auch erreichen. Du brauchst jetzt nicht unbedingt diesen oder so einen Stempel. Ja, das geht auch mit einzelnen Stempeln. Das muss nicht so ein Riesenteil sein. Die Kanten von dem Papier habe ich mit meiner Schere ein bisschen aufgeraut. Ich finde, bei diesem vanillefarbenen Papier schaut das ein bisschen so aus, als wie wenn das so ein handgeschöpftes Papier wäre durch diesen Rand. Obwohl das Papier ganz glatt ist, ja. Das hat jetzt nicht so eine handgeschöpfte Struktur. Aber das schaut ein bisschen so aus irgendwie. Und ich finde das sehr, sehr edel bei dieser Art von Papier. Und hier ist mir jetzt da voll der Geistesblitz gekommen. Denn ich habe mir jetzt hier diese kleinen Sprüche genommen und habe überlegt, wo setze ich die hin? Und zuerst hatte ich alle Karten quer liegen und habe mir gedacht, okay, das kommt da so drauf. Warum ist das passiert? Weil ich das nach dem Schneiden mir da so hingelegt hatte, dass wieder diese ursprüngliche Form von diesem einen Blatt Papier entstanden war. Und als ich dann aber die Sprüche drauf getan habe, habe ich, ich glaube, das war purer Zufall, eine Karte andersrum gedreht. Also um 90 Grad gedreht quasi. Denn in meinem Kopf war auch, ich will die später, also das klingt jetzt komisch, ja. Aber für mein Instagram-Foto und für mein YouTube-Vorschaubild will ich die so hinlegen, dass man nicht mehr sieht, dass das vorher ein Stempel war. Also ich hatte mir schon vorüberlegt, ich möchte die so hinlegen, dass das nicht da so ist. Also dass man das so sieht, dass das einfach auseinandergeschnitten ist. Und ich glaube, dass das in meinem Kopf war. Und deshalb habe ich die umgedreht. Und ich hatte auch im Kopf, Instagram hat quadratisches Foto. Wie muss ich also diese vier Karten hinlegen, dass das ein Quadrat wird? Und das geht ja nur, indem ich zwei von denen hochkant hinlege und dann quer und hochkant abwechsle, dann habe ich einen Quadrat. Wenn ich sie so hinlege, wie so vorher lagen, habe ich immer ein Rechteck. Versteht ihr, was ich meine? Das hat ja sicherlich was damit zu tun, dass ich auf Instagram unterwegs bin und auch auf YouTube sind in meinen Vorschaubildern, wo dann auch der Titel vom Video steht und so weiter, die Fotos selbst immer quadratisch. Und das ist bestimmt etwas, was in meinem Kopf ist. Aber vielleicht ist das auch ein Trick für euch, dass ihr euch sowas mal überlegt, wenn ich das fotografiere. Wie sieht denn das dann aus? Weil, was macht denn so einen Eindruck von einem Video einfach? Du guckst dir was an. Ein Video, das ist nichts anderes als bewegte Bilder. Das ist nichts anderes als ein bewegtes Foto, oder? Und dadurch entstehen ja Eindrücke. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben und komisch, weil wir reden jetzt hier gerade über Videoschnitt. Wir reden über Instagram-Fotos. Wir reden eigentlich gar nicht mehr über die Karten. Aber was passiert in unserem Gehirn dadurch? Passiert dann nicht genau das? Und wenn man sich dann sowas überlegt, dann kann man auch mal kurz verzweifeln. Und ihr seht hier gerade meinen Schädel im Bild und ihr seht auch meine Hand, weil ich sitze da jetzt wirklich, also jetzt mache ich einen Voice-Over, ja. Aber in dem Moment bin ich da gesessen, habe gedacht, mache ich das jetzt wirklich, was mir da gerade ins Hirn geschossen kommt oder nicht? Ich habe so lange überlegt, ihr könnt es euch nicht denken, weil ich hatte mir plötzlich gedacht, was, wenn in der Karte ein Schlitz wäre und diese Sprüche nicht auf der Karte selbst gestempelt wären. Weil ich habe mir gedacht, komm, du hast hier ein Blatt Papier genommen, du hast das da drauf gemacht. Ja, das schaut cool aus. Und ja, das war total einfach. Und wahrscheinlich schaut es auch einfach aus. Und gleichzeitig, also das liegt jetzt an euch, ob ihr das auch so empfindet, ob das einfach ausgeschaut hat auch, ja. Also wie gesagt, ich brauche euer Feedback, bitte in den Kommentaren. Aber dann habe ich gedacht, das kannst du doch jetzt so nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht das dann nehmen und das da so, also versteht ihr, was ich meine? Irgendwie ist in meinem Hirn immer dieses, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Und ich möchte aus diesem für mich simplen, was ich jetzt da habe, etwas machen, was dann noch so diesen letzten Kick so hat. Und ich habe das Gefühl, und das lese ich auch oft von euch, dass es das oftmals ausmacht. Dass man an dieser Stelle, wo man sich denkt, boah, geil, das wird gut, das wird richtig gut. Dass man sich da überlegt, okay, was kann ich jetzt machen, ohne durchzudrehen, was noch einen Schritt weiter geht. Und das muss nichts Großes sein. Das kann ein Schlitt sein und ein abgerissenes Stückchen Fuzelpapier, was dann aber einen coolen Effekt hat hinterher. Und das soll jetzt nicht arrogant klingen. Dieser Effekt muss für dich cool aussehen. Das muss für dich dieses, boah, geil, also das schaut so geil aus, Erlebnis sein. Wenn du das da siehst und du dir denkst, ja, was will sie denn, da ist ein Loch in der Karte, was will sie denn, dann ist das deine Empfindung darüber. Wichtig ist aber, das klingt schon wieder total arrogant, aber das ist so, wichtig ist meine Empfindung in diesem Moment. Und was will ich damit sagen, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie in den Mittelpunkt stellen oder sonst irgendwas und sagen, meine Empfindung ist wichtig. Für was ist die wichtig? Für mich selbst und für mein Empfinden, wie diese Karten aussehen. Was will ich damit sagen? Du musst dir für dich denken können, dieser Schritt, den ich jetzt hier gemacht habe, war ein dermaßen genialer Einfall und bringt so viel mehr Interessantes auf diese Karte, dass das jetzt hier mein Masterpiece ist, was da vor mir liegt. Das musst du dir für dich denken. Was die anderen Leute darüber denken, ist vollkommen sch, Punkt, 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 egal. Und ich sage deshalb bewusst, musst dir das denken, weil ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist für den eigenen künstlerischen Lernprozess. Wenn du dir das nicht denkst und du dir darüber keine Gedanken machst und nicht darüber reflektierst, und das ist nur meine Meinung, dann wirst du auch nicht vorankommen. Wenn du dir denkst, okay, ja, habe ich jetzt hier so gemacht, habe ich so hier gemacht, das schaut ja nice aus, aber eigentlich ist mir das egal, was ich selbst da so drüber denke, habe ich eigentlich gar keine Meinung dazu. Dann wirst du dir diese Frage, und das bezieht sich auf das, was ihr mir schreibt, ja, dieses, wie komme ich denn voran, wie bin ich denn mit dem zufrieden, wie komme ich dann an diesen Punkt, dass ich mir denke, boah, geil, da kann ich jetzt richtig stolz drauf sein. Weil das trauen sich so viele auch nicht, ja, so viele sagen, ach ja, ich habe jetzt hier mal zum ersten Mal was gepostet und ich denke mir, mir fallen gleich die Augen raus, wie geil schaut das denn bitte aus, warum bist du nicht stolz da drauf? Das, was ich jetzt hier sage, klingt möglicherweise arrogant und wenn ich sage, du musst dir das und das denken, dann meine ich das nur im positiven Sinne, ich möchte euch voran bringen, weil warum tue ich das hier? Ja, ich mache das, um mein Geld zu verdienen, klar, aber ich möchte meine Inhalte so machen, dass ihr vorankommt. Ich sitze hier und ich gebe ihr auch meine Zeit, ja, um diese Videos zu machen, da möchte ich ja, dass bei euch was ankommt. Und was ist das, was da ankommen soll? Mein Ziel ist es, euch klarzumachen, dass ihr selber stolz darauf sein müsst, was ihr da tut, um voran zu kommen, um euch selbst diese Fragen, die ihr stellt, beantworten zu können. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. By the way, hier embosse ich jetzt mit Embossing-Tinte auf der Mattung, also quasi durch das Loch durch, was ich mir vorher so groß gerissen habe, dass das da für jeden Spruch passt. Also, Entschuldigung, in diesem Fall habe ich nur einen, da probiere ich das gerade erstmal aus. Gleich mache ich das aber für die anderen auch noch so. Ich reiße das einfach so groß, wie der Spruch da hinpassen muss und stempele das jetzt mit Embossing-Tinte da durch, bevor ich das obere auf dem unteren gleich festnähe. Ja, also ich habe das nur umnäht, da ist kein Klemmeband und gar nichts, wenn ihr das genau wissen wollt. Und das mache ich jetzt deshalb so, dass ich noch ein bisschen Spiel habe. Denn, das embosse ich jetzt mit weißem Embossing-Pulver und dann später umnähe ich das mit meiner Nähmaschine. Und ich habe mir gedacht, das geht so leichter, weil, ne, als das jetzt da drauf zu machen und dann zu stempeln dadurch, weil, was ist, wenn ich verrutscht bin? Wenn ich jetzt hier ein bisschen, also natürlich nicht fünf Zentimeter so, ne, also wenn ich jetzt da so ein, zwei Millimeterchen verrutscht bin, habe ich immer noch die Möglichkeit, die obere Schicht von der Karte so hinzudrehen, dass das gut aussieht und dass das mittig da drin sitzt und dann festkleben oder festnähen, als wenn ich es andersrum machen würde. Denn wenn ich schon beide Teile miteinander verbinde und verstempel mich dann oder beim Embossen geht was schief, kann ja auch passieren, dass das Embossing nicht schön wird, weil ich nicht aufgepasst habe und blöd gestempelt habe und da geht was schief, dann hätte ich jetzt hier immer noch den unteren Teil austauschen können. Deshalb habe ich das so rum gemacht. Ich denke, das ist viel, viel leichter. Ja, und das habe ich jetzt hier für alle vier Karten gemacht. Wie gesagt, das Loch da so groß gerissen, dass das für jeden Spruch passt. Dann mit Embossing-Ink und weißem Embossing-Pulver embossed. Und ich finde, also ich hatte das so in der Hand, ne, dieses Kraftpapier mit diesem weißen Spruch da drauf, ne, ich finde, das könnte auch eine Karte für sich selbst sein. Also dieses untere da, das schaut so edel aus. Ich liebe ja weißes Embossing auf diesem Kraftpapier, ne. Ja. So, was meint er jetzt? Einfach gewesen oder nur einfach ausgeschaut? Bitte nachmachen, reflektieren und mir bitte einen Kommentar schreiben, ihr Lieben. Ich bin da wirklich, also ich möchte das wirklich wissen von euch. Das ist jetzt hier so eine kleine Hausaufgabe, so eine inoffizielle für euch. Warum? Weil ich ständig versuche, meine Inhalte zu verbessern für euch natürlich und euch, ja, das Beste zu liefern, was ihr kriegen könnt, wenn ihr eure Zeit gebt und meine Videos anguckt. In diesem Sinne danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, das hier auszuprobieren. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Kommentare und euer Feedback auf dieses Video und dieses Karten-Set. Habt einen schönen Tag, habt ganz viel kreative Energie, bastelt euch was Schönes. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.